Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr euch ältere Elektroautos anschaut, weil ihr vielleicht einen Gebrauchten sucht, dann ist eine der ersten Fragen, die ihr euch fragt. Wie lange hält der Akku wohl noch und wie hoch ist die Degradation? Wie gesund ist die Batterie in dem Auto? Warum wir das instinktiv fragen, ist ja klar, denn wir sind es gewohnt, dass unsere Akkus in Telefonen und Laptops meistens nach spätestens drei bis fünf Jahren hin sind. Das ist natürlich ärgerlich, aber irgendwie scheint das ein unabwendbares Schicksal zu sein. Bei Elektroautos ist das aber ziemlich ernst, denn hier geht es um das teuerste Teil des Autos. Bei den aktuellen Autos sind die Batteriekosten ungefähr 20 bis 25 Prozent des Grundpreises. Und wenn da ein Akku kaputt geht, naja, das kommt ja fast einem Totalschaden gleich. Und wir haben ja aus der Erfahrung mit unseren Smartphones gelernt, Akkus halten nicht lange und sind dann Schrott. Gilt das also genauso für Elektroautos? In diesem Video erkläre ich euch mal die ganze Wahrheit über die Haltbarkeit der Batterien in Elektroautos. Bleibt dran und nicht nur, wenn ihr ein gebrauchtes Elektroauto kaufen wollt. Warum gehen Akkus überhaupt kaputt? Ich meine, da sind ja gar keine beweglichen Teile drin. Und da ist auch kein Verbrauchsmaterial, was nach einiger Zeit einfach alle ist und was man nachfüllen müsste wie in einem Gasfeuerzeug, oder? Um zu verstehen, warum ein Akku kaputt gehen kann, muss man sich mit dem Aufbau und den chemischen Vorgängen im Inneren beschäftigen. So ein Lithium-Ionen-Akku ist ja nichts anderes als ein kleines elektrochemisches Kraftwerk. Dann schauen wir uns doch mal kurz an, wie eine Lithium-Ionen-Batterie grundsätzlich funktioniert. Und danach gehe ich mal auf die Faktoren ein, die eine Lithium-Batterie altern lassen und wie man es anstellt, den Akku möglichst gesund zu halten. Und am Ende schauen wir uns mal einige Degradationsdaten aus der realen Welt der Elektroautos an. Und ich erkläre euch, was sie zu bedeuten haben. Hier zeige ich euch mal den Aufbau einer klassischen Tesla-Zelle vom Typ 18650, so wie sie zum Beispiel im Model S tausendfach verbaut ist. Übrigens die Bezeichnung 18650 kommt vom Durchmesser der Zelle, nämlich 18 mm, und der Länge nämlich 650 mm. 18650, manchmal kann es echt so einfach sein. Einer dieser Jungs enthält genug Energie, um ein Tesla Model S ungefähr 80 Meter anzutreiben. Ist schon Wahnsinn, oder? Hier sieht man also sehr schön, dass es sich im Prinzip um ein paar aufgerollte Streifen aus Aluminium mit einer Schicht aus einem Lithium-Nickel-Kobalt-Oxid für die Kathode und einem Streifen Kupfer mit einer Grafitschicht für die Anode handelt. Dazwischen liegt eine Separatorfolie aus Kunststoff, damit es keinen Kurzschluss zwischen den beiden Streifen gibt. Und gefüllt ist das Ganze mit einem flüssigen Elektrolyten, typischerweise eine Lithium-Salzlösung, durch die die Lithium-Ionen hin und her wandern können. Übrigens ist kein Gramm seltene Erden in so einem Akku. Aha, okay. Und warum verliert ein Akku dann nach einigen Jahren und tausenden von Kilometern langsam an Kapazität und das Auto damit an Reichweite? Ganz einfach, der Akku altert. Und das auf zwei unterschiedliche Arten. Auf der einen Seite steht die zyklische Alterung, die ihr alle von euren Handys kennt. Je öfter wir eine Batterie aufladen oder entladen, desto mehr verschlechtert sie sich. Mit jedem Ladezyklus ist ein winziges Maß an Kapazitätsverlust verbunden. Das klingt dramatisch, ist aber wirklich winzig. So winzig, dass moderne Elektroautos zwischen 1000 und 3000 Zyklen geladen werden können, bevor sie wirklich stärker an Kapazität verlieren und das Fahren damit irgendwie keinen Spaß mehr macht. Wenn wir uns jetzt mal gebrauchte Elektroautos ansehen, könnte man ja meinen, auf jeden Fall ist der Kilometerstand ein Indikator für die Alterung der Batterie. Höhere Kilometer bedeuten mehr Ladezyklen und damit mehr Degradation, also weniger Akkukapazität. Ist ja klar. Oder nicht? Nee, so einfach ist es nämlich nicht. Allein mit der Anzahl an Kilometern kann man keine Aussage über den Akkuzustand machen. Zum Beispiel hat eine ältere Renault Zoe mit einer Reichweite von 150 Kilometern bei gleicher Laufleistung von, sagen wir, 100.000 Kilometer viel mehr Zyklen absolviert als beispielsweise ein Model S mit einer Reichweite von 400 Kilometern, nämlich 600 zu 250 Zyklen. Trotz gleicher Laufleistung ist der Tesla-Akku also weniger zyklisch gealtert als der der Zoe. Die zweite Gruppe der Alterungsmechanismen ist die, die zu einer kalendarischen Alterung führt. Kalendarische Alterung ist eine Degradation, die im Laufe der Zeit von selbst auftritt, unabhängig von der Zahl der Zyklen. Selbst wenn das Auto also nur geringe Kilometerleistung hat, könnte es bei einem Alter von 10 Jahren oder mehr eine hohe Degradation aufweisen. Und es gibt einen Grund dafür, dass alle Autohersteller für ihre Akkus eine Garantie auf eine Kilometerzahl gewähren und ein Alter, je nachdem, was zuerst eintritt. Also, was genau passiert denn nun mit einem Lithium-Ionen-Akku, wenn er altert? Und gibt es etwas, was das Altern beschleunigen oder verlangsamen kann? Wenn es um die zyklische Alterung geht, gibt es zwei Hauptmechanismen, die dafür verantwortlich sind. Erstens Schäden an der Kathode oder Anode und zweitens die Lithium-Plattierung. Wenn man die Kalenderalterung betrachtet, gibt es ebenfalls zwei Mechanismen. Erstens den Aufbau von Passivierungsschichten und zweitens die Elektrolytoxidation. Aber wieso altert ein Akku nur, weil er geladen oder entladen wird? Was passiert denn da? Wie kann es zu Schäden an der Kathode oder Anode kommen, wenn dort gar keine mechanische Belastung stattfindet? Ich stelle mir die Kathode gerne als zwei Metallbleche vor, wobei die Lithium-Ionen wie etwas zu große Murmeln beim Entladen immer wieder zwischen die Bleche gezogen werden. Im Laufe der Ladevorgänge kann diese wiederholte mechanische Beanspruchung zu Rissen in den Blechen führen. Also, das ist nur eine Analogie, wie gesagt. Und wenn die Kathode zu reißen beginnt, werden einige Bereiche elektrisch voneinander isoliert. Dadurch wird verhindert, dass Elektronen und Lithium-Ionen aus dem isolierten Bereich während des Ladevorgangs zur Anode zurückwandern. Die Ionen werden dann in der Kathode quasi gebunden. Und da die Kapazität einer Batterie in direktem Zusammenhang mit der verfügbaren freien Lithium-Menge steht, verliert die Batterie durch diese Bindung von Lithium-Ionen in der Kathode an Kapazität. Aber was ist denn der zweite Alterungsmechanismus, diese Lithium-Plattierung? Lithium-Plattierung nennt man Ablagerungen von reinem Lithium innerhalb der Batterie. Die Lithium-Plattierung erfolgt während des Ladens mit sehr hohen bzw. zu hohen Ladeleistungen und dann hauptsächlich an der Anode. Je höher die Ladeleistung, desto größer ist die Anzahl der Elektronen, die in einer bestimmten Zeit von der Kathode zur Anode getrieben werden. Also werden richtig mit Druck reingedrückt. Mit zunehmendem Elektronenfluss nimmt auch der Fluss der Lithium-Ionen durch den Separator zu. Und diese Lithium-Ionen müssen in die Graphit-Matrix der Anode ja irgendwie aufgenommen werden, um ihre Ladung mit den Elektronen dort auszugleichen. Und das Problem hier ist, dass der Graphit eine maximale Rate hat, in der er Lithium-Ionen aufnehmen kann. Wenn diese Rate überschritten wird, beginnen sich die noch nicht eingelagerten Lithium-Ionen auf der Anode aufzustauen. Und im ungünstigsten Fall wird sich dieses Lithium, wenn der Ladevorgang dann beendet wird, langsam auf der Anode als permanente Schicht ablagern. Das reduziert wiederum die Menge an freien Lithium-Ionen im Akku und die Kapazität sinkt. Und was passiert bei der kalendarischen Alterung? Hier wird ja gar nichts geladen oder entladen. Da sollte dann doch eigentlich gar nichts passieren, würde man meinen. Leider passiert doch etwas, denn im Laufe der Zeit finden in einem Akku chemische Reaktionen statt. Auch wenn er nur im Regal liegt oder das Auto gar nicht bewegt wird. Einige dieser Reaktionen sind sogar erwünscht, wie zum Beispiel die Bildung von sogenannten Passivierungsschichten. Die wichtigste dieser Schichten wird als Feststoff-Elektrolyt-Zwischenphase- oder SEI-Schicht bezeichnet. Diese Schicht wird durch Reaktionen zwischen dem Elektrolyten und der Anode gebildet und sie entsteht automatisch in den ersten Ladezyklen. Also wenn ihr ein Auto gerade frisch gekauft habt sozusagen. Bei dieser Reaktion lagert sich an der Anode Lithium-Florid ab. Dadurch wird der aktiv verfügbare Lithium-Anteil im Akku zwar etwas verringert und die Kapazität sinkt. Aber es ist tatsächlich von Vorteil, dass das passiert und die Hersteller wollen das sogar. Sobald die Anoden-Oberfläche vollständig von der SEI-Schicht bedeckt ist, hört sie normalerweise auf zu wachsen. Deswegen sinkt die Kapazität eines Akkus in den ersten Wochen schnell um ein paar Prozent, bleibt dann aber sehr lange konstant. Über einen sehr langen Zeitraum während vieler Ladezyklen kann die SEI-Schicht aber trotzdem weiter wachsen. Und zwar kann sie durch die permanente Wanderung von Lithium-Ionen regelrecht aufgebrochen werden. In den Rissen lagert sich dann wieder frisches Lithium-Florid an und die SEI-Schicht wird etwas dicker. Das führt dann dazu, dass das verfügbare Lithium im Elektrolyten weiter reduziert wird und die Akkukapazität eben langsam sinkt. Und was ist jetzt das letzte Elektrolyt-Oxidation? Wenn die Batterie voll geladen ist und die Kathode über einen langen Zeitraum eine hohe positive Ladung hat, also zum Beispiel wenn man den Akku ständig auf 100 Prozent aufgeladen lässt, können Elektronen aus dem Elektrolyten in einen Prozess namens Elektrolyt-Oxidation übergehen. Bei diesem Prozess werden Lithium-Ionen aus dem Elektrolyten gezogen und lagern sich in der Kathode dauerhaft an. Im Laufe der Zeit verbraucht sich also auch hier durch diese Reaktion die Lithium-Menge im Elektrolyten, was schon wieder zu einer sinkenden Akkukapazität führt. Das klingt jetzt eben alles nach geplanter Obsoleszenz eines Akkus. Kein Wunder, dass die Handys nach wenigen Jahren neue Akkus brauchen. Haben wir denn die gleichen Effekte bei einem Elektroauto? Kann man dagegen denn gar nichts tun? Im Prinzip haben wir die Effekte, aber auf jeden Fall kann man dagegen etwas tun. Und deshalb unterscheiden sich Akkus in Elektroautos auch gewaltig von den Akkus in einem Smartphone. Die Temperatur ist hier das große Thema und ganz besonders hohe Temperaturen. Die Batterie muss nicht einmal im aktiven Einsatz sein, damit Wärme die Degradation beeinflussen kann. Zum Beispiel ist es für den Akku auf Dauer gar nicht gut, wenn das Elektroauto jeden Tag in der prallen Sonne geparkt wird. Dem begegnen moderne Elektroautos deshalb mit einer aktiven Kühlung, die bei bestimmten Akkutemperaturen automatisch anspringt. Kaltes Wetter kann auch die Batteriekapazität beeinflussen, allerdings nur vorübergehend, bis wieder warme Temperaturen herrschen. Das Hauptproblem bei der Kälte ist der Ladevorgang. Kälte fördert nämlich während des Ladens die Lithium-Plattierung. Hohe Ladeströme im Zusammenspiel mit zu tiefen Akkutemperaturen beim Laden ist etwas, was wir auch unbedingt vermeiden wollen. Die folgende Grafik veranschaulicht mal die Degradation bei unterschiedlichen Ladetemperaturen. Aus diesen Ergebnissen hier könnt ihr sehen, dass die Zellen bei 25 Grad nach einer gewissen Anzahl an Zyklen etwa 7% ihrer ursprünglichen Kapazität verloren haben. Wenn man jedoch die Betriebstemperatur auf 45 Grad erhöht, geht über 12% der ursprünglichen Kapazität über die gleiche Anzahl von Zyklen verloren. Ladezyklen. Was ist eigentlich ein Ladezyklus genau? Wie wir inzwischen gesehen haben, ist der Zustand der Batterie irgendwie mit der Anzahl der Lade- und Entladezyklen verbunden. Man muss dabei aber eines unbedingt beachten. Ein Teilzyklus ist nicht dasselbe wie ein vollständiger Zyklus. Eine Batterie, die von 100% auf 0% entladen wird, unterliegt einer viel höheren Degradation pro Zyklus als eine, die von 80% bis 20% entladen wird. In diesem Diagramm sehen wir, dass eine Batterie, die ständig von 100% auf 25% entladen wurde, in 4000 Zyklen unter 80% ihrer ursprünglichen Kapazität gesunken ist. Eine Entladetiefe zwischen 85 und 25% war deutlich besser, aber die beste Leistung wurde bei einer Entladungstiefe zwischen 75 und 65% erreicht. Nach 8000 Zyklen hat diese Batterie mehr als 90% ihrer ursprünglichen Kapazität behalten. Und das finde ich ziemlich cool. Die Daten stammen übrigens von der Royal Society of Chemistry und die Studie dazu habe ich in der Beschreibungsbox hier unten verlinkt. Wenn es um Elektroautos geht, wissen die Hersteller das natürlich alles und normalerweise erlauben die es dem Auto deswegen auch nicht, auf die gesamte Batteriekapazität zuzugreifen. Das bedeutet, dass die Batterie einen eingebauten Puffer für die Entladetiefe hat und das hilft, dass die Batterie besser altert. In der Praxis sind 100% in der Akkuanzeige eben nicht 100% der gesamten physikalischen Akkukapazität, sondern vielleicht nur 95%. Und bei 0% ist immer noch eine unsichtbare Reserve von ein paar Prozent in den Zellen, die man leider für das Fahren nicht benutzen kann. Und wie ist das jetzt mit dem Schnellladen? Jeder, der ein Elektroauto hat, möchte so schnell wie möglich aufladen können, um so schnell wie es geht wieder auf der Straße zu sein. Ist ja klar. Das steht jetzt aber im Widerspruch damit, dass hohe Ladeleistungen die Batterielebensdauer verkürzen können. Ja, was denn nun? Vorhin habe ich gesagt, dass hohe Ladeleistungen zu einer Lithiumplattierung führen und dass diese auch potenziell die SIE-Schicht erhöht. Das Idaho National Laboratory führte eine interessante Testreihe durch, in der sie Batterien mit typischen AC-Laderaten und solchen mit DC-Schnellladung miteinander verglichen. Und dabei stellte man erstaunlicherweise fest, dass das DC-Schnellladen die Batterie etwas schneller altern lässt, aber der Unterschied war gar nicht so groß. Interessanterweise hatte der Temperaturanstieg einen viel größeren Einfluss auf die Batteriekapazität und weniger die Schnellladung. Wenn sie also die Zellen bei 30 Grad statt bei 20 Grad aufgeladen haben, sieht man, dass die Degradation hier viel höher war. Daraus kann man also super erkennen, dass ein Elektroauto, was seine Akkus während einer Schnellladung effizient kühlen kann, die Auswirkung auf die Degradation sehr gering ist. Wenn ihr also wollt, dass eure Elektroautos wirklich lange halten, dann solltet ihr vielleicht nach Grönland ziehen und die Entladetiefe minimieren. Kleiner Spaß. So, genug der Theorie. Jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie sich eine Elektroautobatterie in der realen Welt verhält. Dazu gibt es zum Glück einige Langzeitdaten aus der realen Welt von echten Autofahrern gesammelt. Es gibt nämlich ein niederländisches Tesla-Forum, das eine super Statistik über die Jahre gesammelt hat. Bis zum Frühjahr 2020 sind da über 1300 Model S-Einträge zusammengekommen. Und einige dieser Autos haben über 270.000 Kilometer zurückgelegt, wobei die Batteriekapazität immer noch über 90 Prozent liegt. Es gibt auch eine zweite Datenbank, die von Plug-in America zur Verfügung gestellt wird und die eine Statistik vom ersten Nissan Leaf zeigt. Immerhin war das mal das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Diese Daten zeigen deutlich, dass Tesla-Batterie-Packs im Gegensatz zum ersten Leaf eine sehr lange Lebensdauer haben. Warum also der große Unterschied zwischen den beiden Autos? Ganz einfach. Zum einen haben Tesla-Batterien ein aktives, flüssiges Wärmemanagement. Und der erste Nissan Leaf hatte überhaupt gar kein Wärmemanagement. Wenn der Tesla auflädt, beschleunigt oder auf einen heißen Parkplatz geparkt ist, springt das Kühlsystem an und hält die Zellen auf ihrer optimalen Temperatur. Ein weiterer Vorteil ist die im Vergleich zum Leaf sehr große Tesla-Batterie, die viel weniger Ladezyklen benötigt. Gebrauchte Tesla-Batterien halten sich mit zunehmendem Alter daher sehr gut im Rennen. Und ich persönlich würde nicht zögern, einen Tesla mit über 100.000 Kilometern auf dem Tacho zu kaufen. Natürlich vorausgesetzt, der Preis stimmt. Das Schöne an den von mir vorgestellten Batteriedaten ist, dass es sich dabei ja auch noch um die frühen Elektroautos für den Massenmarkt handelt. Die Batterietechnologie hat sich in den letzten zehn Jahren stark verbessert und wird dies auch weiterhin tun. Die Daten werden also mit Sicherheit in den nächsten Jahren immer besser. Tesla hat auf dem Battery Day eine neue Batterietechnologie enthüllt, die in den nächsten Jahren die Messlatte extrem hoch hängen wird. Bald wird eine Batterie zur Verfügung stehen, die eine Million Meilen hält. Als Zusammenfassung muss ich hier nochmal ganz genau festhalten, dass ein Akku zwar unvermeidlich altert und auch irgendwann so wenig Kapazität hat, dass die Reichweite für ein Elektroauto langsam zu unpraktisch wird. Dieser Zeitraum dauert aber sehr viele Jahre, in der Regel sogar länger, als das Auto an sich hält. Danach ist der Akku zwar für das Autofahren untauglich, aber er taugt trotzdem noch für ein zweites Leben. Entweder als Zwischenspeicher in großen Akkuspeicherblöcken für die Energiewende oder als Hausspeicher für die Solaranlage oder als mobile Powerbank, wie VW sie zum Beispiel herstellt. Und danach wird ein Akkurecycling stattfinden, denn die Rohstoffe in einem Akku sind zwar chemischen Prozessen unterworfen, verbrauchen sich aber nicht, im Gegensatz zu Benzin zum Beispiel. Tesla hat jetzt angekündigt auf dem Battery Day, dass sie in ein bis zwei Jahren eine Akku-Recycling-Giga-Factory aufbauen und die jetzt langsam in höheren Stückzahlen anfallenden eigenen Alt-Akkus wiederverwerten. Elon Musk sagte auf dem Battery Day, in wenigen Jahren werde man dann kaum noch neue Rohstoffe für die eigenen Akkus benötigen, sondern die aus dem Recycling ziehen. Das ist eine echte Kreislaufwirtschaft. Es stehen so viele Verbesserungen beim Thema Akku an, dass es mich nicht wundern würde, wenn in ein paar Jahren die Degradation überhaupt gar kein Thema mehr ist. So, das war jetzt sehr harter Tobak, was die Akkudegradation angeht, aber das Thema ist auch nicht so einfach zu erklären. Und wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt und empfehle dieses Video weiter. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao! Ciao!